1.000 für den Imperator, der YouTube-Kanal, in Kooperation mit Games Island und ArtWStudio. Hallo und herzlich willkommen zu 1.000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und das hier ist ein anderer Blick auf Conrad Curse, den Nighthaunter. Das heutige Video wird sich ganz, ganz viel damit beschäftigen, wie genau eigentlich sozusagen menschliches respektive transhumanes Verhalten da funktioniert, wo man letztlich feste Vorurteile in eine Situation mitbringt oder auch versucht, die Welt durch bestimmte Ideologien, durch das Anwenden bestimmter Emotionen in einen besseren Ort oder einen Ort, der mehr zu den eigenen Werten und Bedürfnissen passt, zu verwandeln. Bevor wir das aber machen, erst einmal einen kurzen Überblick darüber, wer ist eigentlich Conrad Curse und was genau hat es eigentlich mit ihm auf sich und warum genau wird er eigentlich manchmal so ein bisschen als, nennen wir es mal liebevoll, Pseudo-Batman betrachtet. Die wichtigste Sache ist, Conrad Curse ist der Primarch der 8. Legion, der Nightlords. Und Conrad Curse ist außerdem ebenfalls als der Nighthaunter bekannt. Das liegt daran, dass er als die Primarchen über die Galaxis verstreut werden, auf einem Planeten landet, den man Nostramo nennt. Nostramo ist letztlich genau das, was Warhammer 40k eigentlich so in seinem Kern, gerade in der Zeit der großen Sozialkritik, als eben, ja, letztlich die Schreiber von GW sich auf diese englische Wirtschaftskatastrophe so ein bisschen fokussiert haben und das immer mehr und mehr zum Vorbild genommen haben, ja, Warhammer 40k im Herzen ausmacht. Nostramo ist ein Höllenloch, in dem Arbeiter unter schwersten Bedingungen vor allem in Minenarbeit, also harte körperliche Arbeit vollziehen, wo, ja, Syndikate und auch mafiöse Strukturen letztlich die Menschen plagen und wo die Gesamtsituation, die sich den Personen, die auf Nostramo aufwachsen darstellt, eine verhältnismäßig hoffnungslose ist, da es keine Möglichkeit gibt, aus dieser absoluten Armut noch herauszukommen, da dafür eben die Möglichkeit zur Bildung, der Zugang zu Aufstiegschancen und so weiter und so fort einfach vollständig fehlt. Dazu kommt, dass letztlich die Kriminalität, die dort vollzogen wird, sei es wirklich einfach ernsthafte, sinnlose Gewalttaten, aber auch die Ausbeutung der Unterschicht sozusagen, die einen riesigen, riesigen Teil des Planeten ausmacht, letztlich einfach toleriert wird, solange sozusagen die Quote des exportierten Adamantiums passt. Dieses Zerrbild sozusagen einer denkbaren Gesellschaft, dieses völlig korrupte System, in dem Menschen leiden, sich gegenseitig umbringen und jedwede Moralität längst verloren gegangen ist, wird gleichzeitig durch die Tatsache, dass Nostramo in permanenter Finsternis liegt, unterstrichen. Die Sonne, die Nostramo einst genährt hat, ist mittlerweile erkaltet und zu alt geworden und ihr Licht erreicht kaum noch den Planeten. Viel, viel schlimmer ist aber, dass auch eine riesige Menge an Umweltverschmutzung Nostramo fest in seinem Griff hat und sozusagen der Smog, der letztlich den Planeten umgibt, auch das letzte bisschen Licht endgültig ausblendet. Und so kommt Conrad Curse in eine Welt, in der es niemanden gibt, der ihn adoptieren könnte oder dem etwas beibringen könnte, sondern eigentlich sind sogar die ersten paar Momente seines Lebens aus Schmerz geboren. Er, als Primarch, lernt relativ schnell damit umzugehen. Er ernährt sich von dem Ungeziefer in der Unterwelt Nostramo und als das Ungeziefer nicht mehr reicht und er auf erste Menschen trifft, versuchen die ihn sogar zu töten und ihm bleibt keine Wahl, als diese letztlich umzubringen. Er merkt aber relativ schnell, dass er besonders ist und vor allem ernährt er sich von den Toten. Und das ist ja gerade bei Space Marines letztlich auch etwas, was ihm Zugang zu deren Wissen, deren Werten, deren Moralität verleiht und Conrad Curse versteht so, wie Nostramo funktioniert, versteht, wie die Menschen sind und sein allererster Eindruck der Menschheit ist entsprechend ein Vernichtender. Am Anfang kämpft er noch damit, einfach zu überleben und sozusagen die Person zu werden, die er einmal später sein könnte. Aber je länger er sich mit Nostramo beschäftigt, desto mehr zeigt sich auch, dass er selber mit einem Fluch belegt ist, nämlich der Tatsache, dass er psionische Resonanzen einer möglichen Zukunft sieht, die er aber als absolute Wahrheit annimmt. Nämlich der Tatsache, dass er Visionen von Schlachten zwischen den Sternen sieht, den Tod ganzer Welten und die Ankunft eines goldenen Gottes, der seinen Untergang einleiten würde. Und all das letztlich lässt Conrad so ein bisschen verzweifeln. Er nimmt den Namen des Nighthaunters an und hält letztlich die Schreie der Menschen, die, wenn er wach ist, am Tag sterben, wie auch die Visionen nachts, wenn er schläft, nicht mehr aus. Nicht, dass es noch einen Unterschied zwischen Tag und Nacht geben würde. Alles liegt in ewiger Finsternis. Und so bricht er zum einen alleine, um sich selbst zu retten, aber auch, um den Menschen Nostramo so etwas Ähnliches wie Hoffnung zu geben, auf und beginnt die Verbrecher, die Ausbeuter, diejenigen, die Menschen nur als eine Ressource sehen und die, ja, letztlich auch moralisch derartig fragwürdig handeln, dass sie sich nur an den Armen und Hilflosen bereichern. Er bricht auf, um all diese zu bestrafen. Und bestrafen meint in diesem Fall nicht, sie vor ein Gericht zu bringen, aufgrund von objektiven Maßstäben für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen, sondern es meint Mord, es meint Verstümmelung, es meint das Exzessive in der Gewalt dessen Ausleben, was er als Ungerechtigkeit empfindet, seinem Hass über die Tatsache, wie die Menschheit sein kann, freien Lauf zu lassen und durch diese Gräueltaten, die er an seinen Opfern vollzieht, letztlich Furcht in den Herzen jener zu installieren, die sich gegen seine wahrgenommene Form von Gerechtigkeit oder von dem, was gerecht sein könnte, in irgendeiner Art und Weise zu, ja, diese dazu zu bringen, von ihren Wegen abzulassen und einfach seinen Weg als den einzig Wahn anzunehmen und schließlich aus purer Angst um ihr eigenes Leben und weil sie nicht verstümmelt und ermordet werden wollen, sich der Diktatur und der Schreckensherrschaft des Nighthaunters unterzuordnen. Das gelingt erstaunlich gut in Anbetracht der Tatsache, dass er ein Primarch ist und Nostramo nicht in der Lage ist, mit ihm als Person umzugehen. Nostramo unterwirft sich schließlich und Conrad wird zum Herrscher, zu einem König über eine verkommene Welt, die in einen Mantel aus Angst gekleidet ist. Denn am Ende des Tages ist die Situation, die sich jetzt gerade darstellt, eigentlich eine, ja, die letztlich kein echter Frieden ist, keine echte Gleichheit, sondern was Conrad gemacht hat, ist, er hat mit Furcht Menschen dazu gebracht, sich gegenseitig nicht schlecht zu behandeln. Allerdings hat er auch so Dinge in den Menschen installiert, wie die Angst, mehr zu besitzen als andere, weil alleine die Idee der Wahrnehmung, dass man andere ausbeuten könnte, indem man Reichtümer angehäuft hat oder eben sozusagen durch Kompetenz mehr Ressourcen in sich vereint hat oder auf sich vereint hat, schon ausreichen könnte, um den Nighthaunter auf den Plan zu rufen. Und trotz allem beginnt Nostramos Wirtschaft zu wachsen. Die Exporte von Adamantium steigen auf das Dreifache an und so kommt eine verhältnismäßig seltsame Art von Wohlstand über die Welt. Wohlstand nicht dahingehend, dass die Menschen auf Nostramo in irgendeiner Art und Weise glücklicher wären. Das ist nicht der Fall. Sie leben in Angst und Schrecken und Conrad ist für sie mehr eine Art Spukgespenst als wirklich ein benevolenter Herrscher. Aber die Gesamtsituation der Menschen verbessert sich und das ist für Conrad völlig ausreichend. Wenn es dann einmal doch zu kriminellen Handlungen kommt, dann lässt er sie via Voxcaster über den ganzen Planeten letztlich ausbreiten und zeigt seiner ganzen Bevölkerung, was er mit diesen Menschen macht. Und er zerfetzt sie in seinem Thronsaal, verstümmelt sie, bevor er sie schließlich aufs Grausamste hinrichtet. Und auch das trägt dazu bei, eben diesen Mantel des Schreckens zu festigen. Nostramo wird letztlich die Tyrannei eines einzelnen Mannes, der ursprünglich mal vorhatte, zu helfen. In diese Situation hinein kommt der Imperator der Menschheit an und seine Ankunft ist für Nostramo kein freudiger Tag. Nichts, was die Leute dort glücklich machen würde, denn der Imperator ist prophezien worden für Nostramo. Und die Geschichte ist, dass seine Ankunft den Untergang Nostramos einleiten würde. Conrad selbst begegnet ihm und er sieht drei seiner Brüder, Ferrus Manus, Fulgrim, Lorga und Rogedorn. Nein, es sind vier, Entschuldigung. Und hat in diesem Moment Visionen ihres Schicksals und dessen, was aus ihnen werden wird. Er sieht Ferrus' abgetrennten Kopf. Er sieht Fulgrims schlangenartige, hysterische Zukunft vor sich. Er sieht Rogels Tod umgeben von Hunderten von Fremden, die ihn mit Messern in einem dunklen Gang angehen. Und er sieht auch, was aus Lorga werden wird. Aber gerade als er beginnt zu sehen, was der Imperator sein wird und wie dessen Schicksal aussehen wird und vor Schmerzen schreiend zusammenbricht, legt der Imperator seine Hand auf den Kopf des Nighthunters und sagt, hier hast du einen kurzen Moment Frieden. Und dieser Frieden ist es, indem der Nighthaunter die Mission des Imperators annimmt, weil er schon gesehen hat, was passieren wird. Er akzeptiert sein Schicksal fast schon geschlagen und übernimmt das Kommando der 8. Legion der Nightlords. Was er tut, ist sie relativ schnell in seinen Taktiken unterrichten. Und diese Art von Schrecken, die man über die Personen, die man zu unterwerfen gedenkt bringt, wird zu der Art Kriegsführung, wie die Nightlords sie letztlich eigentlich vor sich hertragen werden. Das wird zum Markenzeichen der Legion. Sie beginnen sich dem großen Kreuzzug anzuschließen. Und während am Anfang natürlich primär terranische Nightlords und Nightlords aus den besetzten Gebieten da sind, die eben den Weg zu einem Astartes beschritten haben, beginnt Conrad irgendwann auch Rekruten von Nostramo in die Nightlords einzuführen. Und das ist, so legt man so ein bisschen, ja fast schon eigentlich in einem zu einfachen Erklärungsmodell fest, der Beginn des Niedergangs der Legion. Weil Nostramo kein Ort ist, an dem aus Rekruten etwas anderes werden kann, als das, was sie jemals gekannt haben. Nostramo hat sich zu tief in ihre Psyche eingefressen. Die Furcht vor dem Nighthaunter und der Wunsch sozusagen projizierend, jetzt selbst zu dieser Furcht zu werden, um wieder Macht über ihr eigenes Leben zu gelangen, um letztlich diese kriminellen Impulse, die in ihnen sind. Weil Nostramo hat sich im Herz nicht verbessert. Es ist nicht so, dass die Menschen verstanden haben, was sie falsch gemacht haben. Ihre gewalttätigen Impulse, ihr Wunsch nach Kriminalität, danach sich gegenseitig Schmerzen zuzufügen, wird durch die Furcht nur unterdrückt. Aber er ist niemals an der Wurzel ausgerottet worden. Und das ist etwas, was Conrad nicht versteht. Und er selber hasst seine Legion auch so ein bisschen, oder zumindest kümmert er sich nicht gut um sie. Darin ist er ganz ähnlich wie Angron. Und am Ende bringt Conrad zwar etlichen Sternensystemen die imperiale Wahrheit und unterwirft sie und stellt die Compliance her, die man eben herstellen muss, wenn man ein Space Marine während des großen Kreuzzuges ist. Aber nichts davon ist echt. Es ist immer die Furcht vor dem, was die Nightlords tun könnten und niemals echte Überzeugung. Und das ist eine Sache, die sich dann auch in Nostramo selbst relativ zügig zeigt. Denn kaum, dass der Nighthaunter weg ist und Nostramo letztlich wieder sich selbst überlassen bleibt und absehbar ist, dass er nicht zurückkehren wird, kehrt Nostramo auch zu seinen alten Wegen zurück. Und diese Furcht wird zu einem düsteren Schatten, der aber letztlich nicht unterdrücken kann, dass eben Kriminalität, Missbrauch, die Art und Weise der Ausbeutung der einfachen Menschen und sowas, all das kehrt einfach sofort zurück. Und Nostramo wird wieder zu dem Höllenloch, das es vorher war. Nur eben jetzt auch noch schlimmer, weil man die ganze Zeit Angst hat, dass der Nighthaunter zurückkehren könnte und sozusagen die Auslöschung, die Massaker und all das wieder beginnen könnten. Als Conrad davon hört, versucht er noch mit Fulgrim irgendwie drüber zu reden mit seinen Brüdern, aber letztlich ist durch die Art und Weise, wie er ist, durch die inneren Werte, die er mit sich herumträgt und der Tatsache, wie er seine Legion und sich selbst sozusagen nach außen gebärdet, hat er keine gute Beziehung zu seinen Brüdern, auch nicht zu Fulgrim, der ihm zwar ein Lehrer ist und versucht zu helfen, aber letztlich auch nicht so richtig verstehen kann, was eigentlich in dem Nighthaunter los ist und das, obwohl ja Fulgrim selbst ebenfalls auf so einem industriellen Makropolplaneten aufgewachsen ist. Rogel Dorn konfrontiert den Nighthaunter und wird schließlich fast schon zerstückelt aufgefunden, was auch immer Conrad mit ihm gemacht hat. Es ist letztlich ein Moment, der den Nighthaunter für immer prägen soll, weil er zwar kurzzeitig gefangen genommen wird, dann aber die Haskals Rogel Dorns massakriert und selber in diesem völligen Wahn, dass Nostramo letztlich sozusagen zu weit gegangen ist, auf den Planeten seiner Geburt, in Anführungszeichen, zurückkehrt und diesen mit einem Exterminatus ausradiert und die Menschen, die ihn so sehr enttäuscht haben, letztlich dem Tod überantwortet, damit es nie wieder passieren kann und damit das Übel, das in Nostramo lebt, sozusagen endgültig vernichtet wird. Ja, wenig überraschend schließt sich der Nighthaunter der Horus Heresy an und seine Geschichte, wie sie dann sozusagen weitergeht, wie er mit seinen Visionen umgeht und dergleichen mehr, das soll alles gar nicht Teil des heutigen ein anderer Blick auf sein. Insofern werde ich da vielleicht sogar noch einen zweiten machen, der sich dann eben mit seiner Geschichte während der Horus Heresy, seiner Begegnung mit Sanguinius und seinem Versuch, damit zurechtzukommen, wie er letztlich sich in diesen Visionen geirrt hat, wie sie Trugbilder seiner eigenen inneren Ängste und Befürchtungen waren und eben überhaupt nicht die Realität der möglichen Zukunft abgebildet haben. All das kommt dann mal wann anders. An dieser Stelle ist ja nur gesagt, dass der Nighthaunter die Horus Heresy überlebt, sich da natürlich bekannt dafür macht, die schrecklichsten aller Verbrechen zu begehen, wobei das gehört auch über die Empress Children, über die World Eaters, über die Death Guard gesagt. Ich denke, wir können uns alle einfach darauf einigen, dass sobald es kein imperiales Ordnungswesen mehr über ihnen gab, diese ganzen Space Marine Legionen einfach alle ausgeflippt sind und alle ganz, ganz schreckliche Dinge getan haben und wer da jetzt schrecklichere Dinge als der Nächste gemacht hat, ja mei, na, schlimm war's so oder so. Für den Nighthaunter, der die Horus Heresy eigentlich gut übersteht und sich schließlich zurückzieht und beginnt letztlich so eine Art Privatkrieg gegen das Imperium zu führen, der aber vielmehr dem Wunsch der Legion und seiner selbst nach Gewalttaten und Horror und letztlich den Schrecken über das Imperium, das vermeintlich Schuld an allen Dingen ist, zu bringen entspringt und weniger einem gezielten Plan. Und das alles endet schließlich, als eine Kallidus-Assassine namens Mshen entsandt wird, um den Nighthaunter zu töten und er, der natürlich die Gabe der Prophezeiung hat, ihr Kommen längst gesehen hat, aber sich angeblich freiwillig von ihr richten lässt und schließlich dem Tod überantwortet wird. Er steigt niemals zu einem Dämonenprimarchen auf, ob er allerdings wirklich tot ist, ist auch nicht gesichert, in Anbetracht der Tatsache, dass quasi die Aufzeichnungen Mshens kurz bevor sie den Todesstoß setzt, einfach abbrechen. So, was kann man aus einer solchen Geschichte lesen? Ich glaube, das für mich persönlich zentralste Moment der ganzen Sache ist letztlich die Idee, dass man Furcht und soziale Bestrafung und die Idee von, ja, letztlich dem Aufoktroyieren von Gewalt und der Androhung von Gewalt nutzen kann, um eine Gesellschaft zu verändern. Ich glaube, hier drin liegt vor allem eine Art von Warnung und das ist wieder was, was mich bei Games Workshop ganz, ganz krass fasziniert, wie sehr sie alte, grundlegende Geschichten und Wahrheiten, die sozusagen in der Menschheit drinstecken, auch in ihren teilweise sogar sehr lieblos erzählten Geschichten, weil Conrad Curse ist jetzt wirklich nicht der Primarch, der am Ende sozusagen die elaborierteste Geschichte hat oder so. Aber auch darin liegt eben sozusagen so fundamentale Begegnungen der Menschheit, denn es gibt diese Experimente innerhalb unserer Gesellschaft, innerhalb der Menschheit durch Furcht und durch die Androhung von Strafe, Gesellschaftsmodelle zu erzwingen. Und letztlich ist das genau das, was Conrad Curse tut. Er geht hin und anstelle der Tatsache, dass er sozusagen versucht, das intrinsische Wertesystem der Individuen, aus denen die Gesellschaft Nostramus besteht, oder eben das Wertesystem der Gesellschaft, die Nostramo darstellt, zu verändern, versucht er nichts davon zu tun, sondern er geht davon aus, dass der Mensch schlecht und böse ist und dass er deshalb durch externe Gewaltmechanismen in seiner Schlechtigkeit unterdrückt werden muss. So à la der Mensch ist sich selbst ein Wolf. Und dass es Gesetze und Handlungen geben muss, die diese Impulse des Menschen, sich selbst auszubeuten, andere zu unterdrücken, den eigenen Vorteil primär zu stellen, letztlich, ja, die müssen nicht ausgemerzt werden, weil das geht eh nicht, man kann auch niemanden vom Gegenteil überzeugen, sondern ich stelle es unter eine schrecklich genuge Strafe und dann wird sich das schon legen und das ist quasi die bestmögliche Zukunft, die irgendwie geht. Man muss an der Stelle sagen, dass letztlich auch der Imperator der Menschheit selbst mit seinem großen Kreuzzug gar nicht so weit weg von dem ist, was Curse da macht. Er treibt es nur nicht so sehr krass in dieses System. Aber diese ganze imperiale Wahrheit, die Iteratoren und all das, das ist natürlich auch eine Methode der Unterdrückung, eine Methode der Diktatur, die er auf die Menschheit aufpresst. Und auch der Imperator sagt, hey, ihr haltet euch an die imperiale Wahrheit, ihr hört auf Religionen zu gründen oder religiöse Handlungen zu vollziehen und ihr leistet euren Teil der imperialen Steuer. Und wenn ihr das tut, dann schicke ich keine Space Marines, verstoßt ihr aber dagegen, dann mache ich euch fertig. Und Conrad Curse treibt letztlich diese Idee einfach nur ins Extrem, indem er sagt, hey, ich drohe noch nicht mal damit, sondern ich treffe einfach selber die Entscheidung, ob diese Person des Lebens wert ist oder nicht. Und wenn in meinem Kopf diese Person des Lebens nicht wert ist, dann Schreckensdiktatur, dann Häutung, dann werden alle Gedärme aus dieser Person rausgeholt und ich dekoriere meine Rüstung damit. Einfach um allen anderen zu zeigen, was ich eigentlich mit denen mache, die meinen Ansprüchen nicht genügen. Ach ja, übrigens, Plottwist, ich teile auch nicht so richtig mit, was meine Ansprüche sind. Ich gehe einfach davon aus, dass dadurch, dass ich Leute, die mir nicht passen, umbringe, die anderen checken, wie man nicht sein darf. Und wenn ich genug Leute umgebracht habe, entsteht dadurch quasi dann eine Art, ja, intuitiv lesbare, lesbare Regelkatalog, dessen, was man nicht sein sollte. Was Conrad Curse damit aber einfach macht, und das nicht nur in den Menschen Ostramus, sondern später auch in seiner Legion, auch in seinen Brüdern, auch in den Bürgern des Imperiums, ist letztlich eine völlig willkürliche Terrorherrschaft installieren, die letztlich vor allem zusätzlich zu diesen negativen Impulsen, die da sind, auch noch Furcht in den Menschen zu installieren. Und diese Furcht, die wird auf ihn projiziert, ja. Er wird natürlich dadurch auf eine Art und Weise zu einer Person, der man zuhört, ja. Weil wenn du nicht zuhörst, dann werden deine Gedärme aus dir rausgeholt. Das ist irgendwie schlecht. Aber was quasi psychologisch passiert ist, ist, dass er gleichzeitig zu einem Wesen wird, das man hasst, das man überwinden will. Denn diese Angst verstärkt nur die negativen Impulse der Menschen. Aus dieser Furcht heraus entsteht mehr Egoismus, entsteht mehr der Wunsch, sich sozusagen abzugrenzen. Und Conrad Curse wird dadurch auf eine Art und Weise zu einem hassenswerten Objekt dessen, wohin man all seine Schlechtigkeit projizieren kann. Er gibt den Menschen die Möglichkeit, ihre eigenen schlechten Schattenseiten und sowas einfach zu externalisieren und alles auf ihn zu projizieren und sich damit überhaupt nicht mit dem, was in ihnen ist, auseinanderzusetzen. Und das verwundert dann letztlich überhaupt nicht, dass sobald er weggeht und diese Furcht nicht mehr in einer direkten Art und Weise in den Menschen installiert ist, sie einfach wieder zu den negativen Impulsen kommen, weil ihnen niemals jemand beigebracht hat, zu sagen, hey, übrigens, es geht auch anders. Ein direktes Gegenbeispiel ist Reboot Gilliman, der letztlich hingeht und auf Ultramar genau das tut, der einen sozialen Wandel erzeugt. Der sagt, hey Leute, es muss nicht sein, dass politischer Konflikt und politischer Diskurs in Gewalttaten endet. Ich muss meine politischen Gegner gar nicht umbringen. Ich kann sie auch einfach überzeugen. Und dort, wo ich sie nicht überzeugen kann, muss ich ihre Meinung halt einfach aushalten. Ich bin bereit, jemanden ins Gesicht zu sehen und zu sagen, hey, was hast du da gemacht und was hast du da gedacht? Und er äußert seine Meinung. Und ich sage so, okay, das ist jetzt nicht mein Weg und ich glaube auch nicht, dass das richtig ist. Aber solange quasi eine, in Anführungszeichen, demokratische Mehrheit, so ganz funktioniert es natürlich bei Gilliman nicht, weil er ein Primarch ist und damit grundsätzlich schlauer und sinnvoller in seinen Handlungen als die einfachen Menschen. Aber er hält Gegenmeinungen einfach aus und ist überhaupt nicht die Person, die dann sagt so, hey, was du da machst, das ist jetzt das Todeswert oder so. Selbst extreme Meinungen werden von ihm auf eine Art und Weise toleriert, die ihn zwar wütend macht, aber nicht zu Gewalttaten führt. Und das ist eine Sache, die, bis auf wenige Ausnahmen, als der Löwe eine ganze Stadt bombardiert, ist Gilliman schon stark verstimmt. Vor allem, weil es eine seiner Städte ist. Aber am Ende des Tages ist es so, dass quasi Conrad Curse hier einen fundamentalen Fehler macht, der ganz, ganz stark auch in dieser Zeitgeschichte Großbritanniens und dieser Idee von Tyrannei verankert ist. Das ist eine Zeit, in der auch so diese ganzen Batman-Comics, von denen er ja relativ offensichtlich in Teilen geklaut ist, neben anderen Figuren natürlich. die da immer beliebter werden. Einfach aus dem Grund heraus, dass das Gefühl des Menschen, dass sozusagen die Gesellschaft insgesamt durch die extreme externe Not, durch Armut, durch das Fehlen von Aufstiegsmöglichkeiten, durch das Fehlen von Teilhabe in politischen Entscheidungsprozessen, werden die Menschen zunehmend egoistischer, wird aber Kriminalität, auch durch eine tiefe Enttäuschung der Gesellschaft, in der man lebt, auch immer mehr eine Lösung. Weil, ja, am Ende des Tages ist es halt, kannst du nur gute Entscheidungen treffen, wenn du satt und ausgeschlafen bist und nicht krank. Und das sind einfach Dinge, die primär liegen. Und dann hinzugehen und zu sagen, so, die Menschen sind zwar weiter arm, unausgeschlafen und krank, und auf Nostramo kommt ja noch dazu, diese ganz, ganz krasse klinische Depression, die durch das Fehlen von Tageslicht passiert, die natürlich auch, ja, letztlich einfach was ist, was in diesen ausgebeuteten Unterschichten dann häufig eine ganz, ganz krasse Sache ist. Und diese Kombination aus seelischer Krankheit, körperlicher Krankheit, mangelndem Schlaf und der Tatsache, dass man irgendwie einfach hungrig ist, macht, dass du nicht hingehen kannst und sagen kannst, so, ich mache dir jetzt Angst und dann bist du richtig. Sondern diese Befreiung aus diesen gesellschaftlichen Zwängen erstmal und zu einer, ja, letztlich Wohlstandsgesellschaft optimalerweise oder zumindest einer Gesellschaft, in der der Mensch seine Grundbedürfnisse erfüllt hat. Das wäre eigentlich der richtige Schritt auf Nostramo gewesen. Aber das passiert nicht. Weil letztlich zwar auch, als der Wohlstand steigt, es den Menschen beginnt besser zu gehen, aber du halt nicht nur an dem Körper der Menschen arbeiten musst. Ja, okay, dann sind sie satt, dann sind sie vielleicht ausgeschlafen, dann sind sie vielleicht körperlich gesund, aber ihre Seele ist immer noch zerrüttet. Du hast nicht die gesellschaftlichen Werte, die sie angetrieben haben, fundamental verändert, sondern alles, was sich verändert hat, ist, dass sie jetzt Angst haben und satt sind. Das macht die immer noch zu Verbrechern. Das wird immer noch machen, dass sie ihren egoistischen Trieben nachgehen. Denn am Ende braucht jeder Mensch eine höhere, ja, letztlich einen higher purpose, etwas, was ihm Sinn und Zweck in diesem Leben verleiht. Und das ist was, was Curse völlig verpasst, in den Leuten zu installieren. Einige der Primarchen machen das durch ganz, ganz spannende Dinge. Zum Beispiel Fulgur macht das, indem er Kunst und Kultur installiert und beginnt, sozusagen Undenkbares denkbar zu machen, Bilder erzeugt. Rubut Gilliman macht das, indem er ein Staatssystem, in dem jeder Anteil haben kann, erzeugt. Sanguinius dagegen macht das einfach durch seine pure inspirierende Präsenz. Horus Lupercal macht das durch Aufmerksamkeit und durch Wahrnehmung und indem er Menschen sozusagen einen Teil seiner Zeit und seines Charismas schenkt und sie sozusagen in ihm Erfüllung finden können. Und auch wenn all diese Wege so ein bisschen flort sind und es auch realweltlich nicht den perfekten Weg gibt, in Menschen, ja, letztlich eine Form von Bestimmung, ist ein zu großes Wort, aber von einem Zweck in der Gesellschaft zu wecken und das jeder sozusagen individuell für sich finden muss, ist es doch so, dass halt einfach hinzugehen und zu sagen, so, wenn jetzt nicht alle bei der Gesellschaft mitmachen, dann bestrafen wir sie ganz schlimm. Und wenn ihr nicht irgendwelche quasi gesellschaftlichen Veränderungen mitmacht, dann tun wir euch einfach weh. Das wird nur Resentment produzieren, aber es wird keine Veränderung in den Menschen erzeugen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die aktueller als jemals zuvor ist. Ich werde jetzt nicht allzu tief politisch werden, aber die Idee auf den sozusagen, nennen wir es mal, politisch-ideologischen Gegner einfach einzuschlagen, bis er so viel Angst hat, dass er sich irgendwie nicht mehr äußern will, dass er Angst hat, dass Lebensgrundlagen, soziales Ansehen, Ruf oder Sonstiges zerstört werden, ist natürlich keine sinnhafte Lösung in irgendeiner Form, weil es diesen Diskurs, diese grundlegende Werteveränderung immer braucht. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch wahr, und das ist halt eine Sache, die Conrad Curse sozusagen zum primären Prinzip erhebt, dass es einfach Personen gibt, die sich so stark gegen den sozialen Kontrakt verhalten, heute wie auch letztlich auf Nostramo natürlich viel, viel stärker, dass man letztlich mit denen nichts anderes mehr machen kann, als sie in irgendeiner Form einer gesamtgesellschaftlichen Strafe auszusetzen. Ob Mord da jetzt das Mittel der Wahl ist und sich mit ihrer Haut zu schmücken, würde ich jetzt mal stark in Zweifel ziehen. Alleine deswegen, weil natürlich auch es was mit einer Gesellschaft macht, wenn du einer gesamten Gesellschaft sagst, hey Leute, es gibt Personen, die sind so böse, die sind so schrecklich, dass du nichts anderes mehr machen kannst, als sie umzubringen und zu häuten und öffentlich zu quälen, weil die sind nicht mehr rettbar. Dann ist das ja ein Wert, den du in deine Gesellschaft installierst. Und der ist natürlich dahingehend ganz, ganz schwierig, dass das sozusagen dieses Vergebungselement nur noch bis zu einem gewissen Punkt gültig macht und man diese Idee von, egal wie schlimm die Tat war, jedem Menschen kann vergeben werden, letztlich sozusagen eine harte Grenze zieht. Ich vermag nicht zu sagen, wie sinnvoll oder unsinnig das ist. Dafür kenne ich mich, um ehrlich zu sein, in den psychologischen Aspekten und auch in den soziologischen Aspekten von zum Beispiel der Todesstrafe zu wenig aus. Hat auch hier mit dem Thema gar nichts zu tun. Sicher ist, dass wenn du jeden umbringst, der was falsch macht, du sozusagen einfach letztlich keine gesamtgesellschaftliche Veränderung erzeugen kannst. Und das ist letztlich auch so ein bisschen die Geschichte, die bei Curse erzählt wird. Er glaubt, erkannt zu haben, was den Menschen ausmacht, fehlt dabei aber irgendwie sozusagen die wahrhaftige Erkenntnis um Meilen. Da trägt natürlich auch ganz, ganz stark die Tatsache, dass er eben diese Visionen davon hat, dass die Galaxis nur noch schlimmer werden wird bei. Und er wird sozusagen zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Durch die Art und Weise, wie er sich gebärdet, macht er die Galaxis schlechter und trägt natürlich auch ganz, ganz massiv zum Erstarken der Chaosgötter bei. Also Nostramo ist ja irgendwie ein immer weiter überquellender Kelch voller nahrhafter Substanzen sozusagen für die Chaosgötter. Denn die Menschen Nostramos, die sind alles das, was die Chaosgötter wollen und brauchen. Und als die Nightlords dann über die Galaxis losziehen, ist das letztlich genau dasselbe. Das, was die auslösen, da freuen sich die Chaosgötter einfach. Alleine diese Gewaltexzesse, aber auch die Art und Weise, wie sie eben Leid über die Menschen bringen, wie sie letztlich mit deren Gefühlen spielen. Das wird allerwenigstens Nurgle und Slaanesh wahrscheinlich auch Korn sehr, sehr glücklich gemacht haben. Wobei bei Korn ist es immer so ein bisschen schwierig, welche Art von Gemetzel den jetzt irgendwie sozusagen vorantreibt und welche nicht. Aber so oder so, der Nighthaunter selber wird eher ein Motor einer negativen Veränderung. Und ich finde, hier sieht man ganz, ganz stark sozusagen auch die Geschichte, die Games Workshop erzählt. Am Ende ist es immer der Planet, auf dem ein Primarch aufwächst. Am Ende ist es immer die Frage, hat er einen Mentor gefunden oder nicht? Haben andere ihn geprägt? Es ist nicht so, dass nur die Primarchen die Gesellschaft prägen, in der sie aufwachsen, sondern auch die Gesellschaft prägt die Primarchen, die Geschichte des Planeten. Und so sind sie alle letztlich, und ich finde das ganz, ganz spannend, zu einem wesentlich geringeren Teil, Produkt ihrer Biologie und der genetischen Erschaffung, die der Imperator ihnen eingegeben hat, und mehr Produkt ihrer Gesellschaft, also ihrer Erziehung. Und ich finde ganz, ganz spannend, dass Games Workshop eigentlich eine Entscheidung getroffen hat in dieser Nature-versus-Nurture-Geschichte, weil die Primarchen letztlich viel, viel mehr von diesen Planeten geprägt werden und sozusagen dann dadurch eine Persönlichkeit entwickeln. Und diese Persönlichkeit, wie eine Art psionisches Echo, sich durch ihre Gensaat zieht und damit ihre Söhne verändern. Und jetzt kommt der total spannende Teil, dazu gibt es vielleicht nochmal ein eigenes Video, weil das kommt mir jetzt gerade, während ich hier rede. Außer bei den Space Marines, bei denen die Hypno-Indoktrination nicht vollständig greift und die sich teilweise an ihr altes Leben erinnern. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Sigismund, der auf Terra aufwächst, sich noch an sein altes Leben erinnern kann und damit eben nicht vollständig von den Werten Rogaldons durchdrungen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch bei anderen Space Marines teilweise der Fall ist. In den Sinn kämen jetzt Kallus Typhon auf jeden Fall. Und bei wem könnte man das noch so sagen? Man müsste es sich mal genauer anschauen. Vielleicht auch Asek Ariman. Könnte sein. Dass es einfach sozusagen Space Marines gibt, bei denen die Hypno-Indoktrination das psionische Echo des Primarchen und dessen Charakter sozusagen so ein bisschen ausbalancet und die mehr ihr eigener Mensch bleiben als ein Spiegelbild des Primarchen. Wäre spannend, mal drüber nachzudenken. Ist mit Sicherheit für einen anderen Blick mal eine gute Idee. So oder so ist es aber so, dass Conrad Kirst quasi letztlich, wie eigentlich Angron auch, schade drum, eine relativ gute und positive Person hätte sein können, weil dieser intrinsische Gerechtigkeitssinn, der da in ihm drin ist, durch Nostramo in Vergeltung umschlägt, durch die Visionen, die er hat und hätte es jemanden gegeben, der sagt, hey Kumpel, das wird schon alles, nimm mal die Visionen nicht so ernst und sozusagen in ihm einen Wandel erzeugt hätte, hätte das natürlich auch die Visionen in ihm verändert, die er gesehen hätte, hätte das möglicherweise dann auch einen positiveren Ausblick auf das Leben in ihm installiert, hätte ihn möglicherweise zu einer positiveren Person gemacht. Aber hätte, hätte Fahrradkette, es ist, was es ist. Und am Ende des Tages ist es da auch ganz schwer zu sagen, hat Conrad Kirst eine Fehlentscheidung getroffen oder ist es mehr die Idee von einer verkommenen Welt, die dann einen verkommenen Primarchen erzeugt hat. So oder so ist die Geschichte hinreichend tragisch, aber nicht frei von Fehlentscheidungen, denn an ein paar Stellen hätte er sich auch schon durchaus anders verhalten können. Also gerade so jetzt irgendwie zu sagen, hey, ich habe eine Space Marine Legion, ach ja Mann, dann lass die doch mal rekrutieren aus dem Planeten, von dem ich komme. Hey, ich mag zwar da die Leute nicht und würde die am liebsten alle irgendwie abmassakrieren, aber wird schon irgendwie passen. Das war der Moment der Hybris, wo er geglaubt hat, dass die Furcht, die er installiert hat, als Motor für gesellschaftliche Veränderung ausreichen würde, um dann eine Space Marine Legion zu erschaffen, die sich denselben Gräueltaten verschreibt, die er über Nostramo gebracht hat. Das ist der Moment, wo ich nicht mehr mitgehen würde und sagen würde, ganz, ganz klare Fehlentscheidung, lieber Conrad, das hätte man sich mal schenken können, rekrutiere doch vielleicht mal lieber, keine Ahnung, von so Happy-Go-Lucky-Planeten. Chigoris soll ganz schön sein um die Jahreszeit, sowas irgendwie. Genau. Also, das war mein anderer Blick auf den Nighthaunter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit zuzuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bis bald.